Hallo und herzlich willkommen zu Aktienews. Ja, die 3 Dollar sind geknackt. Und, ähm, unfassbar, hätte ich vor zwei Jahren gewusst, dass ich das irgendwann mal sagen werde, die 3 Dollar sind geknackt. Und das nach einem 1 zu 10 Reverse Split, hätte ich gesagt, nee, du bist bekloppt, das kann nicht sein, dass die AMC, äh, ja, die 3 Dollar knackt und ich mich darüber freue. Ähm, ja, also auf jeden Fall, die 3 Dollar sind geknackt, man kann es nicht glauben, dass das tatsächlich so ist. Ich kann manchmal gar nicht glauben, was ich hier so erzähle, aber tatsächlich, 3 Dollar sind geknackt und, ähm, da muss man schon fast zufrieden sein. Jetzt erstmal nach dem Kursverlauf, den es hier die letzten Tage und Wochen und Monate gegeben hat. Ein absoluter Desaster, ein absoluter Kursverfall seit dem Reverse Split. Und, ähm, deshalb sind wir, ja, erstes Mal ganz zufrieden, dass die 3 Dollar zumindest wieder da sind. Unglaublich, aber wahr. 3,12 Dollar, ähm, ein Plus von 6,849 Prozent bei der AMC-Aktie, Short-Volumen nach wie vor hoch. Und, äh, Chart-Technisch, ähm, hat das hier eine Bestätigung gegeben, dieses, ähm, dieses, dieser Umkehr, dieser Wende hier, dieses Wendepunkt, der hier mit dem Bullish Engulfing hier einherging. Und hier haben wir nochmal eine Hammer-Formation, die dieses Szenario noch bestätigt. Das heißt, ähm, es müsste rein theoretisch nach diesen Chart-Signalen, die wir hier sehen, ähm, weiter bergauf gehen. Wir sind hier gerade an der 20-Tage-Linie mit dem Kurs. Das heißt, die 20-Tage-Linie gilt als Widerstand hier für den Kurs. Die 20-Tage-Linie liegt bei 3,20 Dollar knapp. Und da müssen wir nachhaltig rüber, damit es dann hier weiter hoch geht. Und die nächste, der nächste Widerstand bei 3 Dollar, ja, 3,96 Dollar, ich sag mal, 4 Dollar, dann wäre in Form von der 50-Tage-Linie. Ähm, wir dürfen gespannt sein, ob das nächste Woche tatsächlich so weitergeht. Jetzt haben wir erstmal Freitag. Wir haben hier noch Handelszeit von 12 Minuten. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier die 3 Dollar nicht mehr verlassen werden nach unten. Wir sind bei 3,12 Dollar, ein Plus von 7,02 Prozent. Und wie gesagt, ähm, ich hoffe, dass nächste Woche es hier positiv weitergeht. Die Schatzsignale deuten zumindest darauf hin. Aber wir wissen ja, was wir hier von Schatzsignalen zu halten haben bei der MC-Aktie. Aber vielleicht kann man sich doch ein bisschen darauf verlassen. Ähm, ich hoffe es zumindest. Also hier hat es schon mal geklappt, im Prinzip mit diesem Bullish-Engulfing. Da ging es nach oben. Und hier, wie gesagt, die Hammer-Formation bestätigt das Ganze nochmal. Und heute auch wieder ein sattes Plus. Wir haben RSI von 44, das heißt, hier ist auch nochmal viel Luft nach oben. Ähm, bis die Aktie wieder überkauft wäre, könnten wir es hier schon bis 4 Dollar mindestens mal schaffen, bis wir hier mit dem RSI vielleicht wieder irgendwo bei 70 sind. Das heißt, hier ist noch Luft nach oben. Hier sind, ähm, hier könnte der Kurs nochmal etwas pumpen. Äh, und, äh, wir hoffen, dass nächste Woche das tatsächlich passiert. Trump Media warnt die Nasdaq vor mutmaßlicher Marktmanipulation. Als Trump Media, das ist ein Unternehmen von dem, von, äh, ja, Donald Trump. Und, ähm, das ist auch ein Unternehmen, da hat der Aktienkurs auch über 50% verloren. Und, äh, Donald Trump warnt, beziehungsweise Trump Media warnt die Nasdaq, hat an die SEC geschrieben, dass hier, ähm, nackte Leerverkäufe, also Naked Shorting betrieben wird, ähm, ungedeckte Leerverkäufe vorgenommen werden, so wie es halt bei der EMC ist und auch bei vielen anderen Aktien. Und, ähm, ich hoffe oder ich denke, ja, ich hoffe zumindest, dass die SMC vielleicht dadurch was unternimmt, dass jetzt von Trump Media zumindest sowas kommt. Ich weiß es nicht, ähm, ob da was passiert, ob sich da was tut, ob da irgendwo was, ähm, ja, eben am Laufen ist oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall schon mal positiv, dass das immer mehr in die Medien kommt, dass Marktmanipulationen stattfinden an der Nasdaq. Ähm, das kann sich natürlich jeder denken, dass es so ist, aber es kommt immer mehr ans Tageslicht, es kommt immer mehr ans Licht, dass Dinge hier passieren, die nicht passieren dürfen, die illegal sind und die dem kleinen Anleger Schaden zufügen. Wir hoffen, dass hier ein bisschen mehr Bewegung hier reinkommt, vielleicht tatsächlich durch Trump Media, ähm, und, äh, dass wir da vielleicht irgendwann mal eine höhere Transparenz am Aktienmarkt haben und vielleicht tatsächlich hier auch irgendwann mal höhere Kurse bei der EMC sehen, also signifikant höhere Kurse, äh, hier bei der EMC sehen und, ähm, dass wir wieder hoffentlich alle irgendwo in die Pluszone kommen. Das kann man nur hoffen, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Nächste Woche bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wir schauen uns nochmal kurz die Ortex-Zahlen an. Ähm, Short-Interest bei 21,35, da müsste schon ein bisschen Druck auf dem Kessel sein bei den Short-Sellern normalerweise. Man wird sehen, man weiß es natürlich alles nicht, äh, ein Short-Interest Days to Cover haben wir 3,76, ähm, 56 Millionen Shares sind geliehen und 91,22 Millionen Shares können insgesamt geliehen werden. Cost of Borrow vernachlässigbar klein. Utilization 83 und der Short-Score 75. Ja, und bei, äh, Twitter, beziehungsweise X gibt's auch nichts Neues, glaube ich. Also heute gab's gar keine News eigentlich, ähm, aber wir wissen ja, die Aktie, äh, steigt und fällt ohne News. Hauptsächlich fällt sie ohne News. Und ja, jetzt steigt sie halt mal ohne News. Ähm, das haben wir auch mal ein bisschen verdient, zumindest mal, dass das wenigstens ein bisschen sich wieder, ähm, amortisiert, äh, diese extrem niedrigen Kurse. Also ich meine, 3 Dollar ist natürlich immer noch extrem niedrig, aber es hat zumindest keine neuen All-Time-Lows gegeben, was ja schon mal auf jeden Fall positiv zu werten ist, ähm, auch wenn's wirklich hart ist, dass man nach einem, ähm, ja, Reverse-Split 1 zu 10, äh, sich hier freut, dass die 3 Dollar wieder erreicht sind. Ja, unglaublich, aber wahr, äh, so ist es leider. Und, äh, da müssen wir uns mit irgendwie anfreunden und, ähm, müssen das hier als tatsächlich wahrscheinlich als eher ein längeres Investment sehen. Wobei, wenn hier Kurse nach oben gehen, durch vielleicht die Schulden, die getilgt werden und durch irgendwelche super Good News, dann kann's natürlich schon auch passieren, dass sich die Short-Seller eindecken müssen und dann natürlich auch ein höherer Kursanstieg ansteht. Aber das werden wir alles sehen, äh, ich denke mir, man sollte eher erst mal mitleben, dass es hier wahrscheinlich erst mal etwas langsamer geht, bis sich der Kurs hier signifikant erholt. Und seinen Tiefständen, also wenn man sich hier den Chart anschaut, der spricht Bände. Hier sind wir eigentlich hier bei 0 irgendwo, wenn man mal guckt, wo man mal herkommt. Das ist eigentlich der Hammer. Ja, also wirklich der Wahnsinn. Gut, ähm, ich wollte euch noch darauf hinweisen, abonniert auf jeden Fall meinen anderen Kanal. Ähm, da lasse ich auf jeden Fall den Link in der Beschreibung. Äh, könnt ihr auch hier in der Community-Funktion jetzt sehen. Da werdet ihr auch nochmal hier den Link hier sehen zu meinem anderen Kanal. Das ist im Prinzip hier dieser Kanal. Das ist, ähm, Dave Space. Und, ähm, das ist auf jeden Fall ein Kanal, den ihr abonnieren solltet. Ähm, interessanter Kanal auf jeden Fall. Andere Dinge, die auch, ähm, interessant, sehr interessant sind. Weniger Aktien, weniger, ähm, Finanzen. Mehr andere Dinge, mehr alltägliche Sachen aus dem Leben. Ähm, auch so ein paar, äh, psychologische Tricks, wie man sich so ein bisschen mental, ähm, stärken kann. Und, äh, geht auf jeden Fall mal drauf auf den Kanal und abonniert den. Würde mich total freuen, wenn ich so viele möglich von euch hier auch für meinen neuen Kanal begeistern könnte. Wäre natürlich super nice, wenn das funktionieren würde. Und, ähm, auf jeden Fall den Kanal hier auch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und die Glocke natürlich hinterher läuten, um nichts zu verpassen von der EMC, von anderen Aktien und auch Kryptowährung. Habt ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder. Tschüss. Und, äh,ulu greatly, weshalb des sich komplexes. Vielen Dank.